Hi, ich bin Niklas, born and raised in Berlin-Schöneberg. Ich habe einen Sportladen, verkaufe Turnschuhe, was natürlich viel mit Sport zu tun hat, aber auch Street Artists. Also ich bin dieses Jahr meinen ersten Marathon gelaufen, bin sehr laufambitioniert. Es gibt zweimal im Jahr einen Lauf, der heißt zum Beispiel Big 25, der startet vorm Olympiastadion und du läufst am Ende ins Olympiastadion ein. Und das ist einfach mal ein mega Gefühl, im Olympiastadion einzulaufen, wo sonst die Top-Sportler reinkommen und ja, schon ein bisschen erhebend, muss ich sagen, so das Gefühl. Als normaler, passionierter Hobbysportler macht es Spaß, Profisportler zuzusehen. Ob du nur Kleinigkeiten ja rausholst für dein eigenes Training oder einfach nur siehst, wozu der Mensch fähig ist, zu leisten, ist einfach toll. Spannende Musik Spannende Musik